Ich bin es! Ich bin inna! Alter! Ich hänge immer noch fest. Ah, jetzt komm ich weg. Ich hab keine Waffe, das ist das Problem. Ah, jetzt kommt da noch einer, ey! Verziehen! Ey, ich find den Dead Ringer klasse. Ja, der ist auch geil. Weil du hörst dieses Piepen einfach. Du musst eben im Clan sein. Ja, okay, find ich den nicht. Du kriegst ja auch Schaden und du kriegst ja keine volle Lebensenergie. Da hättest du ja umgebrassen, also den Dead Ringer. Wir sind jetzt schon wieder gestorben. Er kann auch den Dead Ringer haben, ne? Hier ist doch wieder Rauch. Das ist doch der Dead Ringer, oder nicht? Hallo Kinder, wer möchte mit mir im Fahrstuhl fahren? Hier unten ist das Blut, aber es ist keiner tot. Okay, ich komme. Davenssocken und Unterwäsche für das Player. Bitte im Blutenstock. Okay, ich komme. Hier unten ist Blut, aber keiner tot. Willkommen im Fahrstuhl der Freude. Hier liegt einer tot bei Dalu. Echt? Ohne Scheiß, zeig mir den. Okay, okay. Den konnte ich nicht sehen. Komm mal her, Vita. Und guck mal von hier. Na, der will, dass du stirbst. Der hat ihn dahin getragen. Und hier ist der Ohrkleider und der liegt da. Ich hab ihn nicht. Hä, wo liegt denn hier einer? Na, ich seh hier niemanden. Ja, ich seh ihn auch. Der liegt da eben in der Ecke. Vita, du kannst das genauso gut gewesen sein. Ey, mal aufzu. Als ich da war, war doch keiner tot. Ganz einfach. Was habt ihr gemacht? Vita hat wen umgebracht. Den hat Dalu gekillt. Vita hat ihn gemördert. Vita hat ihn gemördert. Vita hat ihn gemördert. Als ich da war, war keiner da. Dann hat er schnell genutzt. Och, hier liegt ja doch einer. Nachdem sich der Schuss gelöst hat. Wer eskaliert? Wo, 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 wo? Das war Vita, glaub ich. Nein, oben. Oben ist aber niemand Sachse. Oh, Martha Trader. Achso, das wollte sich für mich anders ganz von oben. Martha Trader. Ja, und der andere ist ja Vita, ne? Wissen wir ja. Sachse, du hast ihn erschossen, oder? Da war keine Leiche, Vita. Vita ist der Trader. Oh mein Gott, das Erdbeben beginnt. Und Dalu sind verdächtig. Vita ist verdächtig, ja. Oh, das war ich nicht. Du bist gerne schon wieder geschossen. Horche hat geschossen, Tramps, auf dich. Ja. Er hat es nur nicht geschafft. Horche hat er auf mich geschossen, mit der Sniper. Was sollen wir tun, Detective? Da unten, mit der Shotgun wurde einer gekehlt, unten im Keller. Und Vita ist nicht hier oben. Ja, Vita hat auch eine Shotgun. Ja, Vita ist weg, 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 da kommt eine Heiligerin oder so. Oh! Tatsache! Hab's doch gesagt, Leute. Du musst du's gewusst haben. Dalu ist der Dritte! Hat sie mir ins Gesicht? Vita hinter dir! Sehr schön. Ich hab's gewusst. Die Bumgarn ist viel zu langsam, ey. Aber trotzdem, Dalu. Meine Leiche! Ich hab die doch konfirmen. Ja, nachdem du sie da umgebracht hast. Vor dir ohne Schuss, oder was? Ich bin runtergefallen. Ich weiß, aber ich hab dich trotzdem nicht gesehen. Also, ich bin nicht gestorben durch irgendjemanden. Ich bin nicht da. Ich weiß, aber ich hab die Leiche auch nicht gesehen. Nein, bin ich da. Ich wollte dich besuchen. Das ist dein neues Apartment. Bin ich da. Möchtest du's mir nicht zeigen? An sich find ich die Map gar nicht schlecht. Warte mal. Geht halt schnell. Hallo? Ist jemand da? Hallo? 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 Hallo Pizza Boy? Hallo? Gibt's Pizza? Ich hab den schon mal hier abgestellt. Das kann ich von dir hier nicht aufheben. Ah, hier ist einer. Oh mein Gott, die fahren zu zweit! Wenn da jetzt einer tot ist, ey, ich geh runter. Ich hab das im Auge. Genau meine Bestellung. Na, danke. Ich weiß, genau dieses Baby haben sie schon ewig gesucht. Hier, bitte nehmen sie das mit. Das ist ein Mädchen. Es ist immer schön, glückliche Eltern irgendwie zu Hause zu müssen. Das Vita zielt auf mich. Dürfen wir mit der Kamera vielleicht sogar das neue Zuhause des Babys uns einfach mal anschauen. Na klar, auf jeden Fall. Das ist nett. Das ist sehr nett. Wir lagen unsere Babys, wie das andere Baby unter dem Sofa, wenn man es sehen kann. Lagen. Ey, ich war schneller als ihr. Ihr seid ja mega faul. Ganz normal. Ganz normal. Wow! Da ist einer untergefallen. Wo ist einer gestorben? Ja, ich hab einen sterben hören. Lief doch grad jemand lang. Was? Läuft so? Ich hab die Tür offen gelassen übrigens. Sie haben die Tür offen gelassen. Dann machen wir sie vielleicht wieder zu. Okay, tschüss. Ich geh eine Runde baden. Ich geh eine Runde baden. Ja, einen schönen Tag noch. Sie geh in eine Runde baden. Ist das kaputt. Irgendwer eskaliert in einer Diegel. Rundhörter. Ey, was ist hier los? Irreparabel. Was ist da? Das ist kaputt gemacht. Ey, fett zu euch. Oh, es tut mir leid. Oh, es tut mir leid. Er ist schon tot? Er ist schon tot? Und schaut mal bitte auf diesen Bildschirm da, der da ist. Auf diesen Bildschirm hier. Und ich werde ihnen zeigen, dass ich jetzt auf diesem Bildschirm rumlaufen werde. Geben sie mir einen Moment. Ich muss nur schnell den Fahrstuhl rufen. Weil dort haben sie nämlich eine geheime Kamera installiert, um ihre Nachbarn zu begutachten. Ich hab so scham von Lampe gekommen. Schauen sie auf den Bildschirm bitte, Herr Wieter-Wolf. Ja, er schaut. Ja, Moment. Ja, Moment. Wenn ich tot bin. Da ist schon einer. Fenex, hallo. Wenn man hier so rumrennt. Sieht man uns? Nein? Ach da. Siehst du? Fenex. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Da ist ein Spanner, ey. Und ein Spanner auch. Ja, ich treff euch beide da im Kinderzimmer. Ich glaube, es ist Xenix. Ja. Es ist Xenix, weil wieder nicht geschossen wird. Nein, lass mich nicht ruhig. Was? Warte. Du bist Thunfisch? Ich bin ... Du bist ... Ich bin jetzt mit in Ruhe. Du bist Thunfisch? Nein, ich hänge fest. Ah, wie's denn? Marv! Der Sachse ist es! Der Sachse ist es! Marv! Sachse? Er hat geschlafen, ne? Oh! Ey, wer dem ist, hat hier wen getötet! Hab ich überhaupt nicht, ey! Ich hab's schwierig noch! Gar nicht, hier! Ey, er hat hier Heuch und Cook getötet! Ich hab kein Geweiß! Oh! Marv hat mich gekillt! Doch, der Sachse war's doch! Ja, und wer dem ist! Keine Ahnung! Ja, ich bin durch Falschschaden gestorben, ich hatte nur noch zwei Lebenspunkte! Ja, ich wollte dich ja auch töten! Marv hat den Sachse gekillt, Leute! Er hat mich einfach angesprungen! Das überlebt halt nicht jeder! Du bist doch unwiderstehlich dadurch! Springt der einfach auf mich drauf und ich sterb einfach! Fette Sau! Boah, lass uns doch weg! Granz, wieso krieg ich die Waffe nicht? Haha, ich hab's hier! Ich krieg keine Mainway! Ich muss hier raus! Ey! Ey, Dalu will seine Waffe haben! Hilfe, Leute, wenn ich sterb, ist es Dalu! Boah, ich bin bei dem Arrow! Leute, wenn ich jetzt sterb... Ich bin hier mit Marv... Ah, Granz, ganz schön schlecht! Hey, wer dem ist, tu mir mal bitte einen Gefallen! Hab da nicht so viele Übungen wie du leider! Hier so, unten in die Tür! Und bewache, dass ich nicht rauskomme! Warte mal, unten und so... Genau, bewache einfach mal, dass ich nicht rauskomme! Hahahaha Wo zur Hölle bin ich? Ich bin hier auf dem Map, glaube ich, drauf! Ich bin unter dem Map runter, glaube ich! Ey! Oh! Dalu hat hier Marv getötet! Hi! Hab ich genau gesehen! Du bist auf seinen Kopf gesprungen! Guck mal das! Ey! Dalu, ich geh weg! Guck mal bitte die Todesursache an! Kommt man hier hin? Ja, bis zu dem Müllschlucker wieder! Weil du bist auf ihn raufgesprungen und das steht da als Todesursache! Wir sind aus unterschiedlichen Etagen gleichzeitig reingesprungen! Das hat Krabs doch auch schon mal gemacht! Der ist doch auch mal jemandem auf den Kopf gesprungen! Ja, aber Marfa ist das war Rache! Marfa hat eine Etage unter mir und hat sich zur selben Sekunde gedacht, dass er in den Schacht reingeht! Ist ja lustig, man kann wirklich diesen Koopa-Jump machen, ey! Sooo! Es sind aber doch schon andere Leute gestorben! Weil einer rastet doch da aus! Ja, irgendwer rastet da! Wer rastet da rastet! Keiner geht mir hinterher! Horchi! Ey, Dalu, schon wieder! Oh, da kommt Horchi auf einmal! Ich hab das nicht getan! Vita war Traitor! Ich hab dich vertraut, Vita, all die Jahre! All die 5 Minuten vor dem TS! Ich hab dich vertraut! Nein, die Tür geht nicht zu! Warum wolltest du denn die Türen zu machen? War ich da eine Heilige rein? Ey! Die faulen Säcke fahren da wieder im Fahrstuhl, ey! Da werf ich gleich eine Heilige rein! Wer schießt? Xenex hat geschossen! Ja! Wieso geht der Cola-Automat denn aus? Ist das ein Traitor-Raum? Ja! Ne, da kann jeder rein! Was für ein Cola-Automat? Gibt's doch Fanta? Da kann nicht jeder rein! Ey, was ist das denn bitteschön? Der Cola-Automat ist auch... Ey, ich bin nur Cola! Ich bin nur Cola vor allem! Da kann nicht jeder rein, Leute! Xenex! Xenex hat dich lang geschossen, Leute! Oh, da hat jemand aus Xenex geschossen! Geh weg! Horchi war da! Da draußen wird doch geschossen, Leute! Ja! Hallo, da draußen wird... Dalu hat doch wen erschossen! Horchi hat auch mit der Mac-10 auf die Tür geschossen! Ja, irgendwann hat Horchi erschossen, aber wer war's? Ja, Dalu! Das war der einzige, der draußen war! Nein, alle waren draußen! Aber Horchi hat doch einen an der Tür angeschossen! Sag mal, Crenz, lass die Scheiß dir aus! Ja, nehm jetzt, löst doch mal den Fall! Ja! Lass er in den Schacht springen und ich spring hinterher! Okay, ich benutze jetzt meinen Teleporter, mach's gut! Du wärst mich nicht mehr... Oh nein! Dalu, du wirst sterben! Hä? Ne, auf wem bin ich denn gelandet? Ich bin auf irgendjemanden gelandet! Grand von Xenex! Ja, aber weil ich auf ihm gelandet bin! Das war doch abs! Nein! Alter, ey! Wir brauchen eine Auflösung des Falles! Wo ist Xenex? Guck mal, wie er sich erreicht hat! Ja, ich bin wieder auf! Ich hab den Koopa-Jump gemacht! Du hast gesagt, du wirst sterben! Aber ich wollte eigentlich da auf dich springen! Es ist irgendwie gezielt, Leute, umringen damit! Ich hab Angst! Ey, dann muss es jetzt der Krabs oder Sachse sein! Ja, du kannst es auch sein! Nein! Ja, du kannst es auch sein! Wolltest du mich absichtlich umkriegen? Okay, okay, Leute! Ja, just for the lols! Wer ist ich? Ich wollte Xenex aber auch deswegen umkriegen! Wär geil, wenn du Xenex gekillt hättest und ich dann noch so auf dir lande! Ich bring mich schon mal wieder in Position, Leute! Ich warte auch! Oh, man! Ich bin aber noch weit... Oh! Das war... Das ist ein Krabs-Ding! Wir haben eine Bombe! Krabs ist Traitor, Leute! Der Fall ist gelöst! Was? Das... Kann doch gar nicht sein! Renz ist deswegen tot, ne? Renz ist tot, ne? Ist das hundertprozentig! Horchi ist tot, aber den hab ich auch... Den hab ich... Der war schon tot! Ja, ja! Und die andere Leiche finde ich nicht! Oben auf dem Dach? Guck gerade! Bin hinter dir! War keiner, siehst du direkt! Und der Sachse verfolgt uns! Guck mal den Kohleautomaten auf dem Dach! Hier, das war was faul, oder? Ja! Hier ist ein Schacht! Wie geil ist das denn? Oh oh! Nein! Ja, das ist Karma, glaub ich! Entschuldige, ich wusste jetzt was sagen! Äh, was machen wir jetzt? Ja, Sachse lebt noch, und wer lebt noch? Ey, ihr Detektiv! Also ich hab hier einen DEW Detektiv vor mir! Ich noch! Ich bin Inu, also fehlt ja bloß noch einer! Bis wo ist er denn? Ja, jeden anderen, den du siehst, außer mich, kannst du erschießen! Das ist doch schön! Muss... Hallo! Krabs sein! Nein! Bin's nicht! Ja, es gibt doch bloß noch einen! Ja, dann ist es der... Krabs! Sag ich doch! Ja? Ja, ja! Kann der das denn sein? Ja! Steht das alles nicht! Ich weiß nicht, was los ist! Ihr macht mir alle Angst! Au, ey! Scheiß Feuer! Wo bist du? Direkt hinter dir! Nein, du bist unter mir irgendwo! Ich hab mich so schlimm versteckt hier! Aua! Lass das! Das tut weh! Kannst du dich bringen, ey! Das tut voll weh! Am stehen! Jemals! Ey, wieso lässt du so nach? Boah, fuck, ey! Direkt abgedrückt! Boah, ist die Map-Witze, ey! Irgendwie schon! Den Raum kenne ich den auch gar nicht, wo ich gerade drinnen war! Das ist mein... Ein Schuss abgegeben! Ey, das mit dem Gang, ey! Ich wollte so schnell aus dem Schacht rausgehen, weil... Als einer gerufen hat, Achtung, ich wollte hier raus! Scheiße, mein Karma ist jetzt ja volle Macht! Ach, Quart! Ich hab auch zwei Leute gestompt, ey! Mörder! Wer war der zweite Dings eigentlich? Ich? 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 Der war in den Rücken geschossen und wurde dann von der Seite... Ja, ich hab das gesehen! Ich stand direkt daneben! Ey! Kommt der wieder runter? In den Schacht? Ich hab ne Waffe! Du hast doch ne Waffe, ey, wenn ich tot bin, ist es... Naa... Haha, ich komm wieder, um dich zu töten! Niemals! Oh mein Gott, er fliegt! Ahhhh! Nein, sind mir zu viele! Nein, der kommt! Haaaah! Ja, du hast doch gerade Dings erschossen. Vita, Wolf, Opelst. Warte, Vita war hier ganz oben, glaube ich. Ah, Vita, Wolf ist es! Hier ist Vita, Detective und Krebs ist hier. Ich habe es gesehen. Guckt, ich sehe, Dalukat steht hier oben. Ich höre einen Schuss, Dalukat steht hier nicht mehr. Aber es haben doch alle Vita gerufen. Ja. Wer ist es nun, Vita? Nein, er war es nicht, aber er war verdächtig. Ist da eine coolere Waffe? Er hatte einen umgebracht. Ja, er hat wirklich einen umgebracht. Was passiert, wenn man da runterhüpft? Entweder kannst du sterben oder jemand stampft auf dich. Ja, genau, Daluk. Wäre ich dir hinterher gehüpfen, hättest du das abbekommen. Weil ich hab ein Seil. Das ist ja voll gefährlich. Sachse! Oh, ja. Das Sachse war's. Wenn wir jetzt eine Leiche finden, ist es der Sachse. Der Sachse kommt hochgeeiert. Ich will gerade sein, dass ich jemanden gerade mit schuldig getötet habe. Ist er unschuldig? Ja, aber es geht mit den ganzen Leuten. Ich bin hier beim Sachsen. Er ist hier auf der mittleren Etage. Wir haben nicht mehr viele Unschuldige, die sterben können. Ja, habe ich jetzt jemanden umgebracht oder nicht? Hier liegt eine Leiche beim Sachsen. Crabs! Das ist Grans. Nein! Doch. Ich identifiziere ihn. Ach, scheiße, das war Crabs. Sorry. Da ist Dalukat. Ich bin jetzt auf... Xenex und Marv? Mhm. Xenex? Xenex? Ja. Okay, ihr könnt euch gegenseitig umbringen. Es leben nur noch drei Leute. Echt? Ja. Verdammt, was passiert? Es geht dich nichts an. Was ist passiert? Auf jeden Fall eben nur noch tun, Marv. Das ist spannend. Wer könnte es sein? Mr. Detective. Magst du es nicht herausfinden? Wenn du so redest, schieße auf dich, auch wenn du Ido bist. Also, ich gehe davon aus, dass du es bist. Was? Oh Gott. Ich muss mal kurz die Leichen entsorgen. Entschuldigung. Wir haben extra so einen Müllschack. So. So. Bombe! Bombe! Ich weiß noch nicht, ob oben oder unten. Wo? Ich weiß es nicht! Hau ab! Der zweite war Grants oder was? Ja, ich war der andere. Wo war deine Leiche, Grants? Oh Gott, ich weiß es nicht. Die habe ich extra oben liegen gelassen. Nein, nein, die habe ich oben liegen gelassen. Die habe ich immer gesehen. Allein dann habe ich in den Schacht geschmissen. Aber es war zu geil. Ich stand quasi auf... Wer hat mich umgebracht? Das war ich. Sorry Vita, aber das war ja wohl... Ich stand quasi auf dem Kopf von Horchi. Die Runden bisher sind so scheiße. Die Erklärung von mir klang total blut. Aber sie war der Wahrheit. Nirgendwo Leiche, nirgendwo Lüge. Es ist immer schwer zu erklären, wenn du grad einen Ido erschossen hast. Nirgendwo irgendwie Schüsse gehört. Einfach ein Tod. Horchi, ich habe auf deinem Kopf gestanden und dir dann Headshot gegeben und du rufst nach Sachse. Das war wie ein Lotto-Gewinn. Das war wie ein Lotto-Gewinn. Das war's für heute.